Hey! Hey! Liebe Gäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit nach vorne und begrüße Sie sehr herzlich. Wahrscheinlich kennen mich die meisten. Ich bin Regina Heitzer, die Dame, die den Friedenstunnel erdacht und umgestaltet hat. Und hinter und neben mir steht ein Verein Friedenstunnel in Bremen, das ist ein Zeichen. Seit acht Jahren machen wir Friedensklänge im Friedenstunnel und heute ist das kulminante Abschlusskonzert der diesjährigen Friedensklänge. Und zwar mit der fantastischen Samba-Gruppe Jakaré! Jakaré spielt unter der Leitung von Susanne Sasse, die steht hier an meiner Seite. Ein dicker Applaus für Jakaré und Susanne Sasse! Und mehr muss ich nicht sagen. Ich finde, jetzt muss die Gruppe selber spielen, damit keine Zeit flöten geht. Es spielt jetzt! Jakaré! Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Danke! ! Vielen Dank! 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 Bye! ! Bye! ! 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